Hallo, wir sind in unserer Daniel-Serie und ich finde es sehr spannend, aus dieser Geschichte euch etwas mitzugeben, ihr Teens. Ihr habt ja im letzten Jahr einiges gelernt, haben wir gesehen hier, vor allem aus der Volksbibel. Das muss wohl der Renner gewesen sein, habe ich gehört. Die Volksbibel, ich weiß nicht, wer es überhaupt von euch kennt, ist eine ziemlich freie, neue Übersetzung der eigentlichen Bibel. Ihr habt es ja vorhin schon gehört und für den einen oder anderen doch irgendwie leichter zu verstehen oder lässt sich flüssiger lesen. Genau, wir sind in unserer Daniel-Serie. Wir haben uns in den letzten Wochen mit diesem Daniel aus der Bibel beschäftigt und heute schauen wir uns die Geschichte an, wo der Daniel in der Löwengrube landet. Und das ist eine Geschichte, die sicher jeder in irgendeiner Form schon mal gehört hat, vielleicht damals im Kindergottesdienst oder vielleicht sogar in der Schule. Also eine sehr bekannte Geschichte von diesem Daniel. Daniel ist mittlerweile 80 Jahre alt und sie sind zusammen schon 60 Jahre lang in dem Exil in Babylon, also in dieser Gefangenschaft. Und mit 80 hätte man annehmen können, könnte der Daniel vielleicht sagen, jetzt schiebe ich mal ein bisschen eine ruhige Kugel und lass es mir mal gut gehen. Aber Daniel war jemand, der immer so ein bisschen Biss hatte. Er wollte etwas bewegen mit seinem Leben. Er hat nicht gesagt, ich setze mich zur Ruhe, sondern er hat sich eingesetzt für Dinge. Dort, wo er war, hat er Einfluss genommen und das begeistert mich an diesem Daniel. Wir hören mal in einem Hörspiel, wo wir gerade in dieser Geschichte sind und wo es heute darum geht. Ja, eine fast unglaubliche Geschichte, die dem Daniel dort passiert ist. Und was mich fasziniert, Daniel wusste, was ihm bevorsteht. Er hatte von diesem Gebot gehört und das Erste, was er tut, nachdem er von diesem Gebot gehört hat, ist, in sein Zimmer zu rennen und seinen Gott anzubeten. Das finde ich krass. Er war sich genau bewusst, was auf ihn zukommen könnte, aber er hat es trotzdem gemacht, weil er davon überzeugt war, weil er eine innere Überzeugung hatte von dem, was er geglaubt hat. Und er hat sich davon nicht abbringen lassen. Dieses Thema heißt furchtlos leben. Und ich habe gedacht, wir könnten es eigentlich auch das Brüllen der Löwen nennen. Genau, das Brüllen der Löwen. Dieses Tier, der Löwe, hat eine symbolische und geistliche Bedeutung auch in der Bibel. Und ja, ich möchte euch gerne ein bisschen mit hineinnehmen in meine Gedanken, in das, was ich durch diese Geschichte wieder ganz neu entdeckt habe. Und ich möchte euch motivieren, euch Teens ganz besonders, dass ihr in eurem Glauben etwas entdeckt, was euch furchtlos macht und wo ihr in einer Welt, die vielleicht manchmal ganz anders tickt, zu dem steht, wovon ihr überzeugt seid. Und zu dem steht, was vielleicht eure Werte sind und was ihr vielleicht auch in diesem Jahr ganz neu entdeckt habt. Das würde ich mir wünschen. Ja, furchtlos leben. Furchtlos ist, wenn man mal schaut, was furchtlos bedeutet, dann heißt es, könnte man auch sagen, dass es mutig ist. Also mutig sein im Leben. Und diesen Begriff furchtlos, der ist dir vielleicht auch schon mal begegnet in unserer Vision als Kirche. Wir haben einen Leitsatz. Unsere Vision lautet, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Also wenn du Teil dieser Kirche bist, dann wäre es vielleicht gar nicht schlecht, dass wir uns mal näher damit beschäftigen, was wollen wir denn damit aussagen? Was bedeutet für uns denn, dieses furchtlos zu leben? Also wenn wir davon ausgehen, furchtlos ist, so etwas wie mutig sein, etwas zu tun, wofür es Mut verlangt, dann habe ich euch hier etwas mitgebracht, weil der griechische Philosoph als Aristoteles hat einmal gesagt, dass Mut die Balance zwischen Feigheit und Leichtsinn ist. Also mutig zu sein bedeutet, dass du dich in so einer Balance zwischen Feige und Leichtsinn bewegst. Leichtsinn wäre jetzt zum Beispiel, du springst aus dem Flugzeug und nimmst den Fallschirm einfach mal nicht mit, weil du so mutig bist, dass du das auch ohne Fallschirm schaffst. Das wäre vielleicht etwas leichtsinnig und feige wäre vielleicht, wenn du sagen würdest, okay, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ich packe mir ein Fallschirm ein und springe hier von der ersten Stufe runter oder irgendwie so. Genau, ihr wisst, was ich meine. Also, Mut steht so dazwischen. Mut ist die Balance zwischen Feigheit und Leichtsinn. Und die Balance wird getragen, hier unten von dieser Stütze und das ist ein A und das steht für Angst. Also die Angst hängt untrennbar zusammen mit Mut. Mut heißt nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut bedeutet, ich bin mir der Angst bewusst, aber ich handle trotzdem. Mutig sein ohne Angst gibt es eigentlich nicht, weil dann wäre es kein Mut. Und wenn du handelst, obwohl du Angst hast, dann sind es meistens die Menschen, die uns faszinieren, die mutig sind, die handeln, obwohl sie sich dessen bewusst sind, was kommt, wie dieser Daniel es auch getan hat. Er wusste ganz genau, was kommen kann, wenn er trotzdem dazu steht, wenn er trotzdem seinen Gott anbetet, aber er hat gehandelt. Er war mutig und es war eine innere Überzeugung, die er hatte. Und wenn wir uns dieses Wort Mut mal anschauen im Französischen, dann heißt das Courage und Courage, der Wortstamm davon ist Coeur, also das Herz. Und es hat immer etwas mit einem Herzen zu tun, mit dem, woran du glaubst, mit dem, wovon du überzeugt bist. Also wenn du von einer Sache überzeugt bist, wenn du Dinge hast, die dir wichtig sind, dann hast du die Möglichkeit, mutig Schritte zu gehen. Das bewegt dich, das bewegt uns Menschen, etwas zu tun, auch wenn wir Angst haben. Genau, ich habe vorhin schon gesagt, etwas zu tun, Mut bedeutet nicht die Abwesenheit von Angst, sondern ich bin mir der Angst bewusst. Und wir haben, ich habe mal die Teens gefragt, was ist denn, habt ihr irgendein Erlebnis, wo ihr mutig wart? Und der Lukas, der hat mir etwas erzählt, was für ihn ein wirklich mutiger Schritt war. Und er würde es, hätte es gerne heute Morgen hier erzählt, aber er ist leider krank geworden. Und dann habe ich ihm gebeten, das doch kurz aufzunehmen und wir können es uns per Video anschauen. Sehr cool, genau. Ein Applaus für Lukas. Und der Ruben ist auch so mutig und steht sogar hier vorne. Finde ich auch schon sehr mutig. Und er erzählt uns auch noch kurz, was er erlebt hat. Ja, genau. Also ich hatte Matheunterricht letztens und die Lehrerin hat meinen Klassenkameraden drangenommen, um die Lösung für die Aufgabe zu sagen. Nur wir wussten leider die Lösung nicht. Und nach fünf Minuten Schweigen hat sie dann gesagt, ja, wartest du jetzt, bis der Heilige Geist wiederkommt und dir die Lösung einflüstert. Und dann dachte ich so, wow. Und ja, das fand ich halt nicht richtig. Und deswegen bin ich am Ende der Stunde nach vorne gegangen zum Puls und habe ihr gesagt, dass ich das nicht richtig finde. Und danach hat sie sich für mich entschuldigt. Wow. Wow. Krass. Vielen Dank, Ruben. Vielen Dank. Sehr mutig. Er hat gemerkt, dass er das nicht richtig fand und hat sich allen Mut zusammengenommen und hat einfach, ja, ist zu der Lehrerin gegangen und hat dazu gestanden, zu dem, ja, wovon er überzeugt war. Sehr, sehr cool, Ruben. Genau. Warum brüllen Löwen überhaupt? Brüllen können, äh, brüllen können Löwen, ne, Löwen können brüllen bis zu 114 Dezibel laut. Und wir haben es jetzt gerade nicht so laut gemacht, weil es, glaube ich, nicht so cool gekommen wäre für uns hier. Dieses Löwenbrüllen kann man bis zu fünf Kilometer weit hören und ich nehme an, dass Tiere es noch weiter hören können. Also es ist etwas richtig Gewaltiges und auch richtig Furchteinflößendes. Und Löwen brüllen, weil sie ihr Revier verteidigen wollen oder ihren quasi ganz klar machen wollen, wer in ihrem Rudel der Chef ist. Deswegen brüllen Löwen. In der Bibel wird auch jemand als ein brüllender Löwe bezeichnet. Und zwar ist es der Teufel, der umhergeht und brüllt wie ein Löwe. Und da lesen wir mal aus 1. Petrus 5, Vers 8, eine Stelle, ihr seht es hier in der Neuen-Gemper-Übersetzung, aber wir hören es natürlich aus der Volksbibel-Übersetzung. Macht euch glücker und bleibt dabei. Immer hellwach. Es gibt einen echten Feind, den Teufel. Er schleift um uns herum wie ein wildgewordener Krampfhund. Jederzeit bereit, einen zu zu fleischen. Genau. Der Teufel wird als ein brüllender Löwe bezeichnet. Warum eigentlich? Und ich glaube, es ist so, sobald du zu Jesus gehörst, sobald du dich zu diesem Gott bekennst, gefällt das jemandem hier in dieser Welt nicht. Und das ist der Teufel. Und er will uns Angst machen. Und deswegen brüllt er. Und ich glaube, dass Daniel genauso in dieser Situation war, dass er dieses Brüllen der Löwen wie schon gehört hat. Dieses Brüllen, was ihm sagen sollte, hey, mach jetzt mal locker mit deinem Glauben und steh mal nicht so dazu und bekenn dich mal nicht dazu und hör jetzt mal auf dieses Gebot und lass mal gut sein. Die Löwen haben schon angefangen zu brüllen. Sie wollen uns Angst machen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, in Situationen, wo du weißt, wo du eigentlich was sagen solltest. Wir haben uns da schon drüber unterhalten und ihr habt mir einige Sachen erzählt, die euch da bewegen. Manchmal gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir ganz genau wissen, jetzt wäre es Zeit, etwas zu sagen. Jetzt wäre es Zeit, vielleicht zu beten. Jetzt wäre es Zeit, vielleicht sich für etwas einzusetzen, was hier nicht in Ordnung ist. Und dieser Löwe brüllt uns an und macht uns Angst und will, dass wir zurückweichen und nicht zu dem stehen, wovon wir jetzt gerade überzeugt sind oder uns nicht einsetzen für die Menschen, wo wir sehen, die ungerecht behandelt werden. Und immer wieder kommt diese Stimme vielleicht in unseren Kopf und sagt, ach komm, mach mal locker. Lass doch mal alle fünf gerade sein. Es ist schon nicht so schlimm. Es macht ja eh jeder, wenn es um Dinge geht, die in der Welt so normal sind. Und Daniel hat uns gezeigt, dass es auch anders geht. Und Daniel ist mir ein Vorbild geworden in dem, wo er einfach zu den Dingen gestanden ist, die er für richtig gehalten hat. Und das fasziniert mich. Und vielleicht denkst du, ach, das ist doch eh nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Was soll ich denn da schon bewirken? Wenn ich jetzt vielleicht in meiner Klasse einfach mich für Dinge einsetze, die gerade nicht so in Ordnung sind. Oder wenn ich in meinem Arbeitsplatz sage, hey, ich finde, so können wir das nicht machen. Oder wenn ich für jemanden bete und mir den Mut zusammennehme und sage, hey, lass uns doch dafür beten. Ich glaube an einen Gott, der Wunder tun kann. Vielleicht denkst du, das bewirkt doch nicht viel. Aber überleg mal in unserer Geschichte. Es waren immer einzelne Menschen, die aufgestanden sind und es hat sich etwas verändert. Mir ist direkt die Rosa Park in den Kopf geschossen, wo ich darüber nachgedacht habe. Sie hat mit ihrem Leben damals, wo es darum ging, dass die Rassentrennung war und dass die Schwarzen unterdrückt wurden, sie ist einfach in diesem Bus sitzen geblieben und hat nicht mitgemacht bei dem System, was dort damals geherrscht hat. Sie hat quasi eine ganze Geschichte verändert, nur weil sie nicht mitgemacht hat. Und das hat für mich gezeigt, wenn ich anfange, einen Unterschied zu machen, wenn ich anfange und sage, ich mache da nicht mehr mit oder wenn ich mich einsetze für Menschen, dann kann das einen Unterschied machen. Und da möchte ich euch motivieren. Habt den Mut, wenn ihr seht, Dinge laufen nicht gut. Wenn ihr den Eindruck habt, hey, da muss doch was getan werden, dann steht auf und macht das. Steht zu dem, von dem ihr überzeugt seid und lasst euch nicht einschüchtern von dem Brüllen des Löwens. Was ist passiert? Daniel hat nicht aufgegeben. Er ist aufgestanden, trotz der Angst, die ihn wahrscheinlich sehr bedroht hat. Und das hören wir in Daniel 6, Vers 27, was da denn wirklich passiert ist. Genau, weil Daniel standgehalten hat und hat sich nicht einschüchtern lassen, hat der König Darius ein ganzes Gesetz verhängt, das jetzt nur noch der Gott Daniels angebetet werden darf in diesem Land. Ist das nicht krass? Ich glaube, dass damals in dieser Nacht, wo er, wo Daniel in der Löwengrube war, noch ein anderer Löwe dort war. In dem Bibeltext wird es beschrieben, dass Daniel sagt, die Engel waren dort. Und ich habe mir vorgestellt, wenn die Engel da waren, dann war Jesus auch da. Und Jesus wird bezeichnet als der Löwe von Judah. Und dieser Löwe von Judah ist das Rudeloberhaupt. Er steht über allen anderen Löwen. Und das lesen wir in Offenbarung 5, Vers 5. Genau, mit diesem Löwen von Judah ist Jesus gemeint. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ist hier diese Zeitform. Es steht dort nicht, dass dieser Jesus, dieser Löwe von Judah irgendwann siegen wird, wenn vielleicht hier mal alles zu Ende ist. Sondern er hat gesiegt. Und das ist das, was meinen Glauben stärkt, weil ich weiß, dass Jesus den Tod schon längst besiegt hat. Dadurch, dass er damals vor über 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, hat er den Tod besiegt. Und damit ist er das Oberhaupt dieses Löwenrudels. Und wenn wir daran glauben und wenn ihr daran glaubt, dass Jesus in euch lebt, dann braucht ihr keine Angst zu haben. Weil der Löwe brüllt lauter. Der Löwe von Judah brüllt lauter als der Löwe, der in der Welt ist. Und ich habe euch noch einen Filmausschnitt mitgebracht, wo ich finde, wo das so gut rüberkommt. Das ist aus dem Film von Narnia, wo der Löwe auch wie Jesus beschrieben wird. Und es ist eine letzte Szene und wir schauen uns das mal an. Die Lucy stand einfach dort mit ihrem mini kleinen Schwert, völlig aussichtslos gegen dieses Heer von ihren Feinden. Aber habt ihr den Gesichtsausdruck gesehen? Sie hatte so einen Frieden und so eine Gelassenheit und so eine Sicherheit in sich, weil sie ganz genau wusste, wer auf ihrer Seite steht. Und dann sieht man den Löwen dort kommen, der sich neben sich stellt und einfach nur brüllt. Und genau so ist es. Wenn Jesus in uns lebt, dann ist es wie dieser Löwe Aslan, der neben uns steht und der für uns brüllt. Und auch wenn du dich vielleicht manchmal fühlst, wie diese Lucy mit ihrem mini kleinen Schwert gegen all die anderen, die vielleicht anders denken und anders glauben und andere Dinge tun und nicht das, wovon du eigentlich überzeugt bist, dann wünsche ich dir, dass du diesen Glauben hast wie diese Lucy. Und dass du ganz genau weißt, dass Jesus, der Löwe, der König der Löwen, der Löwe von Judah, dass er neben dir steht und dass er für dich brüllen wird und dass alle anderen schweigen müssen. Und das ist genial und das ist das, was mich immer wieder motiviert, aufzustehen und nicht den Mund zu halten. Und da zu dem Stellung zu nehmen, wovon ich überzeugt bin. Und das wünsche ich uns, dass wir zu Menschen werden, die zu dem stehen, wovon sie überzeugt sind und die nicht den Mund halten. Und die werden wie dieser Daniel, der etwas verändert hat, die werden wie diese Rosa Park, die Geschichte geschrieben hat. Und wer weiß, vielleicht hören wir irgendwann in 100 Jahren oder was weiß ich, in 50 Jahren von einem Matteo Müller, der Geschichte geschrieben hat, weil er aufgestanden ist oder von einer Lydia Brehm oder Simon Wegner oder Cedric Zimmermann. oder Jan Temme oder Janne Gräfingholt oder der Lukas, der gerade nicht da ist, habe ich da noch jemanden vergessen, und der Ruben oder vom Ruben Böhnlein, der aufgestanden ist und zu seinem Glauben oder zu seinen Werten gestanden ist und der Dinge verändert hat in unserer Stadt, in unserem Land, in unserer Geschichte. Ich würde gerne noch beten, lass uns doch dazu aufstehen. Einfach so als Zeichen zu sagen, hey, ich stehe auf und ich will einen Unterschied machen. Und wenn du das auch möchtest, dann bete doch in Gedanken mit mir mit. Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns durch die Bibel immer wieder Geschichten aufzeigst und Menschen zeigst, die mutig waren und die Dinge verändert haben. Und dass die Bibel voll ist mit solchen Geschichten, von denen wir uns inspirieren lassen können. Und ich danke dir für die Geschichte vom Daniel. Ich danke dir, dass er mutig war, dazu zu stehen, obwohl er genau wusste, was auf ihn zukommt. Obwohl die Angst wahrscheinlich eigentlich so groß war, dass er hätte besser nichts getan. Und Jesus, ich bete, dass du uns zu diesen Menschen machst. Ich bete für jeden, der jetzt das Teens College besucht hat, dass er mutig wird, zu dem zu stehen, was er glaubt und einen Unterschied zu machen in dieser Welt und sich einzusetzen für Gerechtigkeit und sich einzusetzen dafür, dass noch mehr Menschen dich erkennen, Gott. Und ich danke dir, dass du dieser Löwe bist, der Löwe von Judah, der schon gesiegt hat und der neben uns steht und der uns einfach hilft, der uns diesen Mut gibt und der uns die Angst nimmt. Weil in deinem Namen, Jesus, muss alle Angst weichen. Und in deinem Namen, Jesus, da ist der Sieg. Und in deinem Namen, da ist Heilung und da ist Freiheit. Amen.